Jakob Kock-Evers, ich bin Springreiter. Michaela Hartwig und wie man unschwer erkennen kann, bin ich Dresurreiter. Jan Wölfken, Springreiter. Doris Knells, Dresurreiterin. Uta Großerichter und ich reite Dresur. Dominik Klingele und ich bin Springreiter. Ich bin Schornsteinfeger und fege Schornsteine und Messheizungen. Dann mache ich gerade meine Doktorarbeit in der Biochemie. Verkaufe ich Reitsportzubehör. Führe ich mit meinem Mann zusammen ein Autohaus in Lackenbeck, Autohaus Johannes Knells. Dann bin ich Zahnärztin und versuche meine drei Kinder irgendwie zu jonglieren. Dann bin ich selbstständiger Steuerberater. Für mich ist das Teamsport, weil ein Reiter ohne Pferd ist kein Reiter. Zeit fürs Pferd aufopfern, das Leben komplett nach dem Pferd ausrichten, aber dadurch auch die schönsten Momente zusammen mit dem Vierbeiner erleben. Geduld bewahren. Reiten bedeutet für mich Balsam für die Seele. Das Gefühl auf dem Rücken der Pferde zu genießen. Für mich eine Leidenschaft verwirklichen. Eine Chance, sich mal zu testen untereinander und nicht immer gegen die Profis. Eine Chance, einfach mal rauszukommen aus Bayern, mal weiterzufahren und unter so krassen Umständen wie hier versuchen, das Beste zu geben zusammen mit dem Pferd. Anspannung und Entspannung, würde ich sagen. Unheimlich tolle Erfahrung, die ich machen durfte. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich überhaupt hier sein darf und mitreiten darf. Eine schöne Gelegenheit, im wunderschönen Ambiente hier in Dagobertshausen auf einem wunderschönen Platz zur Musikdressur zu reiten. Das Highlight einer super Saison.